Meister Mirabeau wurde getötet, doch wer war es? Wer steckt hinter den ganzen Attentaten? Wer will uns hier verarschen? Und vor allem können wir überhaupt uns selbst noch vertrauen? Diesen weiteren Fragen werden wir hoffentlich heute ein bisschen weiter auflüften können hier bei Assassin's Creed Unity. Natürlich abgesehen von gewissen Fehlern, die der Spiel natürlich sonst hat, aber... Naja... Ja, wie gesagt Meister Mirabeau ist tot, haben wir jetzt ein paar entdeckt und die Spur, die wir da gefunden haben, die könnte auf vieles deuten. Sprich, es könnte natürlich... rein theoretisch natürlich machen... wäre es durchaus möglich, dass Elise diejenige Warnungen getötet hat, wobei natürlich die Frage, wann war sie eigentlich ständig mit uns unterwegs und die andere Variante, die umso ungeheuerlicher klingt, aber eigentlich auch umso wahrscheinlicher ist, dass er von Leuten aus unserem eigenen Orden, sprich aus dem Rat, der sie ihnen getötet wurde. Und dann ist natürlich auch dann die ganz gute Frage, wem aus dem Rat, wem können wir da überhaupt noch vertrauen? Weil sowieso ist eine Auswirkung doch gar keine mehr. Obwohl sind alle unsere Feinde oder es sieht denn so aus, als wären wir die Bösen und sie die Guten und dann irgendwie... Ja. Also merkt schon, es gibt noch ganz, ganz viel Garnies zu lüften, bevor wir hier irgendwie auf eine weitere Spur kommen. So, wir nehmen noch drei Punkte, okay. Weiters abgehoben, momentan noch zu wenig, aber immerhin kommen wir jetzt langsam zum Apotheker und ich bin gespannt, was wir hier antreffen werden zum einen und zum anderen natürlich auch, was hier vielleicht sogar um eine Falle handelt. Denn man kann ja nie wissen, oder? Ich meine, er hat uns zwar den Aufenthaltsort irgendwie verraten. Und wir denken natürlich auch, hm, ist der Meister der Assassin und so, der ist natürlich auf unserer Seite. Was wirklich so ist, ist dann eine ganz und gar andere Frage. So, was ist der Typ jetzt überhaupt? Wir kommen näher, wir kommen näher, kann ich irgendwo rein? Nein, nö. Ich dachte, du könntest Hilfe gebrauchen. Hm? Ich denke, einen Apotheker schaffe ich wohl noch. Das aussieht, hey. Äh, ich hab das gar nicht irgendwie gemerkt und so, das... Hm. Was soll das? Rede! Sprich, äh, als... Ach, das Sinne muss noch viel lernen. Bonsoir. Ich frage mich, ob ihr... Nicht schon wieder. Gut gemacht. Wartet! Verdammt! Kommt wieder zurück! Langsamer! Wartet! Lass mich doch! Wieso auch? Wapp, Mann! Was ist passiert? Wapp, Mann! Ich bin schon wieder dabei! Wapp, Mann! Ich bin schon wieder dabei! Ab, Mann! Zitli! Jetzt wird es schnell, wa? Mann, Arno macht nicht so einen Quatsch wieder! So, von der Entfernung her geht's momentan wieder, ich komme wieder näher, ich komme wieder näher. Ah, Mann, die Steuerung, ey. Na toll, die haben gar noch gefehlt. Der kann ja rennen, ey! Du hast mich geprieden! Bleib zurück, du Monster! Da gehört ihr nicht! Hier drüben! Oh, bitte! Ich habe es keinem erzählt, genau wie ihr wolltet! Wovon redet ihr denn da? Ihr gehört doch zu diesem anderen, oder? Den mit der Kapuze! Erzählt mir von diesem anderen, wer ist er? Ich weiß es nicht! Ich sah nie sein Gesicht! Er drohte mich zu töten, wenn ich ihm das Gift nicht gebe! Ich stell dir keine Fragen! Ich habe nur eine kleine Menge auf Lager! Er hat alles genommen und mir gesagt, wo die zweite Dosis hin soll! Zweite Dosis? Hier! Mehr weiß ich nicht! Ich schwöre es! Verschwindet! Seht es als wunderbare Geschichte, um einst eure Enkel zu erschrecken! Nun? Du hattest recht! Er gab unserem mysteriösen Mörder das Gift! Und? Er sagte, der Mörder tog eine Kutte! Genau wie ich! Tja! In jeder Geschichte gibt es Licht und Schatten! Wenn wir von innen verraten wurden! Erklärt das, warum man es mir anhängen wollte! Hier! Dorthin lieferte der Apotheker seine Waren! Worauf warten wir noch? Sequenz 7, Erinnerung 2! Was für eine Aufzüge, wir werden über- und unterqueren? Hä? Also über- und unterqueren? Das haben wir doch zweimal gemacht! Wenn der Aufzüge, okay! Gut, die habe ich jetzt vermutlich übersehen, so wie ich mich kenne! Na ja! Äh, Elise! Ja! Gut, erstmal haben wir natürlich noch ein paar neue Sync-Punkte! Deswegen können wir direkt mal wieder unseren Charakter anpassen! Die Fragen sind, was genau? Warum machen wir Nachkampf? Vielleicht haben wir jetzt genug! Will ich aber eher gesagt weniger! Knallsch ist doch noch cool! Aber wir brauchen Sequenzen! Ah, zumindest die Sequenz 9! Was denn not los? Äh, Geldbeutel wäre cool! Wobei 2, hm... Das ist die nächste Frage! Oder doch! Warten wir brauchen wieder 6! Gemeinschaftssinn? Ne, wir brauchen eigentlich erst später dann! Luftdoppeladetate noch etwas! Doch ist unten ein dickeres Fels, finde ich jetzt eigentlich noch eine sehr, sehr coole Fähigkeit, die wir sicher noch ganz gut gebrauchen können! Einen Apothekerrahmen, haben wir abgeschlossen! Okay, wir haben gerammt! Mhm! Wo ist Elise da hin? Naja... Äh, äh... Wo ist denn jetzt der Punkt? Ich sehe ihn gerade nicht! Oh, hier! Sequenz 7, Erinnerung, 3, schwierig gehabt, 4, äh... 4 Autos! Okay, wie man es so sagt! Selber 3 erfunden! In dem her... Sprint lassen! Folgt jemand für den Mörder seiner gerechten Strafe zu! Bin mal gespannt, ob das wirklich klappt! Und hier die Schnellreise! Und wir scannen natürlich wieder mal mit einer elendlangen Ladesequenz! Auf allem recht, ob das Spiel nur noch neun Sequenzen hat, wenn das natürlich letzte Fertigkeit ist, wie wir es so freischalten können, oder Fähigkeit, wie auch immer! Also eigentlich nirgends irgendwo etwas stand, äh, die Frage ist halt, erst nach Sequenz 10, oder 11, 12, oder was höheres halt! Das höreste war bis jetzt immer noch Sequenz 9! Hm! So! Wenn es die ganze Sequenz kann, kann ich ganz kurz mal ein bisschen strecken und so! Der hat Hurt von mir ab! Böö! Und es regnet! Und die Musik, das ist nie ein gutes Zeichen! Leute, glaube ich, es sind ziemlich gut dabei, wa? Oh-oh! Oh-oh! Ich habe aber vorhin gar nicht gesehen, dass er gerade, dass er jetzt echter würde, irgendwie, am Boden zerschellen! Alter, der Flughöse! Das hätte aber ne schöne Sauerei gegeben! Die Salam-Glock, was ist immer noch? Den hat er so wenigstens deaktiviert, also sprich, äh... Wunderbar doch nicht mehr! Äh... Da muss ich also hin, wa? Okay! Geronimo! Fluch! Ist das ein Feind oder unser? Weder noch, von dem her mir egal! Eine sehr schwierige Mission! Ja, da geht's schon, ne! Kriegen wir hin! Scharmanter Ort! Was hoffst du hier zu finden? Der Apotheker sagte, hierhin hätte er sein Gift geliefert! Ich hoffe, ich kann die Fährte aufnehmen und sie dann zu ihrer Quelle zurückverfolgen! Fährte aufnehmen? Bist du jetzt dein Bluthund? Sowas in der Art! Wie soll uns das zu Mirabeaus Mörder führen? Wie soll uns das zu Mirabeaus Mörder führen? Wie soll uns das zu Mirabeaus Mörder führen? Fange ich gerade auf? Ich warte gerade auf irgendwie ein Zeichen wegen... Ah, jetzt! Vorhin gar nicht gesehen! Die müssen eigentlich bereits deaktiviert sein? Ist sie natürlich noch nicht! Wie ist dein Plan? Äh... Arno! Also! Red mal mit ihr! Ich kann es leider nichts! Eine sehr seltsame Spur! Mach dich nicht lächerlich! Ich lass dich da nicht allein reingehen! Elise! Ich muss das hier allein machen! Bitte! Ich verstehe! Vergiss nicht zurückzukommen! Das klingt nach einem... Abschied! Was mir gar nicht gefällt! Neues Ziel Mörder finden! Finden dort oben! Okay, kein Problem! Äh... Wenn wir schon dabei sind! Ich glaube, es wäre noch ganz gut und krank noch ein bisschen anzupassen! Äh... Waffen... Denke ich zwar ist ja ganz gut! Oder kann ich denn irgendwas Besseres bereits? Und darüber wird das Geldproblem! Die haben sowieso gleich viel gut! Können wir zwar kaufen und noch ein bisschen verbessern nach! Aber gleich nicht, dass es da gross was bringt! Ich denke eher es wäre besser unsere Ausstattung noch ein bisschen zu verbessern! Wenn das nicht zu machen war! Klatterlicher Umhang... Ja, das wäre auch nicht schlecht! Den habe ich ja bereits! Mhmm... Ok, würde ich sagen... Doch das und dann noch ein bisschen verbessern! Sehr schön! Noch mehr Gesundheit! Das dürfte soweit auch mal ganz gut sein! Die Brust! Ja, ja! Arnussbrust! Ähm... Den macht es noch mehr bei Schleichen! Aber natürlich vor allem Gesundheit! Hätten wir zwar den wieder mal so... Arsch teuer! Alter! Aber kann ich ihn nicht schon bereits bekommen! Seht nicht so aus, oder? Ne, von Auslösen steht da jetzt echt nichts! Ja, doof! Die Musik! Du, du, du! Ok, lassen wir das! Die Unterarme! Haben wir da gerade noch etwas verbessern? Nahtkampf ist natürlich cool! Und Gesundheit vor allem, wa? Der wäre vor allem Nahtkampf besser! Der vor allem Gesundheit! Ich denke doch, dass wir zu dem hier wechseln! Der ist zwar auch ein bisschen teuer! Aber gibt halt mehr für Nahtkampf! Und schlagen auch! Ein gesunder bleibt ein bisschen! Naja! Jetzt im Besitz! So! Er weiß dann natürlich auch noch! Sehr schön! Die Teile! Also haben wir da noch einen schönen Gürtel! Bereits zu wenig Frau! Aber sonst noch irgendwas! Er kann den noch verbessern! Ne, auch nicht wahr! Ja, wäre alles andere zu wenig Frau! Ja! Okay! Die Beine! Wie sieht's dort aus? Wo bin ich aber eher ein Standardmodell, wa? Ja! Da wird auch nichts mehr! Monturen! Na, kann man ja auch spielen! Da muss man ja auch spielen! Da muss man ja auch die Sequenz... Belix! Meister-Sinemontour! Wo bin ich jetzt gerade drin? Wo bin ich jetzt gerade drin? Isios? In der Spielen? Alleinsspieler? Sie können es abschliessen! Urgentiver Arnau! Hm! Das Meistersinn Arnau-Victor-Durion! Okay, Leute! Wollen wir mal sagen... Los geht's! Ich hoffe, das geht gut! Äh... Ne, wie das Wasser geht direkt hier rauf! Und sogar noch weiter hoch! Ach du Scheimkleister! Tja, wir kommen da irgendwie noch höher... Tja, Arno packt eben alles! So, jetzt kommt er irgendwie hoch oder was? Noch höher, okay! Ja, Arno, das war sehr... sehr elegant! Wupp! Wupp! Soll es langsam oben sein! Wie jetzt der Typ da? Wer ist das? Wir sind einfach nur in der Wache! Öh! Oh nein! Der Pisspot-Typi! Der Pisspot-Typi! Kann ich von hier aus bereits abballern? Ne, es ist noch zu weit weg! Von hier aus klappt's! Ne, doch nichts! Hm... Oh doch! Ziel markieren? Ist so weit weg, wa? Klappt noch gar nichts! Ne, komm! Wir sind ja einige Freunde! Von denen wäre es jetzt ein bisschen doof, wenn ich das direkt so machen würde! Da klappt es gar nichts! Das hat lang gedauert, Pisspot! Der Leck! Ich hätte wissen müssen, dass du mich finden wirst! Die Frage ist nur... Was geschieht nun? Du hast Mirabeau vergiftet! Er vergiftete uns! Frieden mit den Templern! Ist nur ein armen Märchen! Und du bist der einzige, der die Bruderschaft retten kann? Glaubst du etwa, das geschieht zum ersten Mal? Das erste Mal, dass die Assassinen ihre Führung eliminieren mussten? Das erste Mal, dass der Orden sich wieder neu erschuf, aus dem Nichts zu neuer Macht? Nein! Masjaf! Monteregioni! Die amerikanischen Kolonien! Es ist alles schon passiert! Und wir stiegen wieder auf, stärker als zuvor! Aber nun... Wir vergaßen unsere Ziele, Arno! Wir streckten uns in Politik und Revolutionen, doch wir sind keine Nation! Wir sind eine Armee! Und in einer Armee nennt man Frieden mit dem Feind auch Verrat! Und nein! Ich bin nicht der Einzige, der die Bruderschaft retten kann! Wir können... Wir können... gemeinsam... Belek! Du weißt doch, dass das nicht geht! Bedauerlich! Belek, bitte! Komm zurück zum Rack! Wir können das regeln! Wir können das regeln! Wie vernünftige Männer! Pack hier nicht mit Templern, Wursche! Du enttäuscht mich! Das kannst du doch besser! Hoch mit dir! Ja! 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 Schmetterschlag! So, ein drittes Mal, und ein viertes Mal, und ein fünftes Mal! So, jetzt aber! Wieso nur Belek? Wieso? Wieso muss alles auf Verrat, auf Kampf, auf Krieg hinauslaufen? Wieso können wir nicht einfach mit den Assassinen, mit den Templern im Friede leben? Wieso musst du dich selbst, deine eigene Überzeugung verraten, deinen eigenen Orden, deinen eigenen Freund? Ich hatte Hoffnung für dich. Ich dachte, du könntest selbstständig denken. Ich kann, Belek. Ich denke nur nicht so viel. Hä? Ich drück doch schon, mein Beklopter! Ah, jetzt muss ich einfach... Okay, doch schnell genug! Öffne die Augen, Bursche! Ich sah wie Templer die ganze Dörfer abschlachten liessen, nur um einen zu töten! Einen Assassinen! Sag mir, bei deiner enormen Erfahrung, was hast du gesehen? Ich sah wie der Grossmeister des Templerordens, einen verängstigten Weissen aufnahm und wie einen Sohn grosszog! Gute Worte, Arno! Gute Worte! Boah, war das gerade! Boah, ich sehe nichts mehr! Kannst du mir oder wird jemand stärker? Was ist das denn, der kann gar nicht schon lange? Hilfe! Meine armen Augen! Na toll, eigentlich schnell genug, Mann! Arnaud! Alles gut, bleib da! Ich hätte dich in der Bastille verrotten lassen sollen! Sag mir, hast du jemals an das Credo geglaubt? Oder warst du schon immer ein verräterischer Templer-Freund? So muss die Sache doch nicht enden, Velek! Du bist es, der es so enden lässt! Würdest du verstehen? Wir könnten die Bruderschaft so weit bringen, wie wir es seit 200 Jahren nicht gesehen haben! Ja, jeden zu töten, der nicht deiner Meinung ist, ist die beste Art, sich aus der Asche zu erheben! Du spinnst doch! Pass auf! Jetzt reicht's! Jetzt aber die Schnauze voll! Der war nämlich allerdings auch! Du hattest deine Chance, Piss! Du hast deine Chance! Schlafen! Du hast deine Chance! Ja, schlecht ist doch nicht, mit dem Nassen! Du hattest besser auf mich gehört, Junge! Hallo? Arno, mach nix mehr. Wow. Echt noch ziemlich spannend, muss man so lassen. Tu es. Wenn du nur eine unsere Überzeugung besitzt und nicht nur ein liebes toller mich, Bobby, bist, tötest du mich jetzt? Denn ich höre nicht auf. Ich töte sie. Zur Rüttung der Bruderschaft würde ich Paris abfackeln. Ich weiss. Wende es! Es tut mir leid, alter Freund. Es tut mir leid, mein Amin. Du sollst doch heil zu deinem Sohn zurückkehren, nicht wahr, Pisspot? Hast du es verloren? Gott verdammt mich. Dann wollt ihr es durchziehen? Euer Protégé birgt für sie. Vertraut ihr ihm nicht? Bis zum Tod, doch ich trau dem Weib nicht. Kann ich euch nicht überzeugen? Ich fürchte nicht. Dachte ich mir. Chen. Chen. WLAN. 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 Sequenz 7, Erinnerung 3, die Konfrontation ist abgeschlossen, ach du Scheibenkleister, was nicht du mehr von hast, also stimmt, ich habe gar nicht geschafft, hätte ich ausweichen müssen, war, nun gut, Leute, ja, es war traurig, traurig, man einerseits war unser Freund, war ein Assassine aus voller Überzeugung, trotz allem hat er einen eigenen Freund, sprich der Büro hat er mit eigentlich einer Tinktur, sprich dem Namen nicht mehr, aber es spielt keine Rolle, was er eigentlich für die Templer sprach, er wollte unbedingt, dass sie eigentlich als Templerin die Hauptverdächtige ist, dass er sogar auf die Mittel der Templer zurückgegriffen hat und das nur um seine eigenen Überzeugungen bis zum Schluss hin vertreten zu können, ob das wirklich das wahre ist, ob es nur so geht, dass du stur deinen Weg gehen musst und ich dir irgendwie doch eine Möglichkeit gib, beide Überzeugungen, beide Wege miteinander zu kombinieren, ich hoffe, wir schaffen das noch, aber nicht mehr heute und erst morgen wieder, hier bei Assassin's Creed Unity, bis dahin, ciao zäme! von einfachции Kinder 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 Die Kinder